Das ist das andere, halt's Maul. Laura, where are you? Ihr könnt alle Bellen blasen. Ihr könnt alle Bellen blasen. Ihr könnt alle Bellen blasen. Hallo, 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 wie kann man so gestört sein, Alter? Junge, das war mit die witzigste Scheiße, die wir dort gemacht haben. Junge, du hast hier überall hinter die Kiemen gebunden. Ich sag, ich hab ne Riesen-Nudel, also ihr könnt alle Bellen blasen. Ihr könnt alle Bellen blasen. Hast du ne Riesen-Nudel? Hallo, hallo. Das ist so cringe, Alter. Du warst so voll und du guckst auf diesen Display und du singst so und denkst so, ey, ich kann voll singen. Das hörst du ja am nächsten Tag an. Tot. 2 Uhr 39. Oh, das ist so peinlich. Und das warst du? Hier der hintere. Mit der Kappe. Ich bin so voll. Leise. Leise. Das war leise. Das ist auch eine Scheiße! Das ist die selbe Leid! Achtung! Das ist auch eine Scheiße! Das ist ganz zinken! Was ist eigentlich? Das ist ganz zinken! Ah, die Deutsch-Prapper sind wieder nur am zinken, das hat er aber jetzt auch immer Ding gesagt, Krater. Das ist auch eine Scheiße! Das ist ganz zinken! Das ist so peinlich! Das ist meine beste Freundin, die ist nur am Lachen! Die ist nur am Lachen! Das war meine beste Freundin, mit der wir auch waren! Ich trage... Guck, jetzt fängt das wieder an! Ja, das ist Laura, das ist meine beste Freundin. Ist doch wirklich, ich hätte nie was mit meiner besten Freundin! Achtung! Ich trage Mantel! Grabe, Gott! Die Deutsch-Prapper sind nicht am zinken! Riesiger Pimmel hier! Riesiger Dödel! Oh Mann, Alter, das war einfach nur pures Gold! Ah, ist das geil! Das Ende ist wieder... Gibt mir Kraft! Riesiger Pimmel hier! Riesiger Dödel! Oh Mann, Alter, das war einfach nur pures Gold! Pures Gold war das! Ich kann es einfach nicht fassen! Es gibt noch ein alteres! Das war das allererste! Da haben wir eigentlich in der Ruhe beleidigt! War witzig! Ich bin nur auf die Bühne gegangen, um da Scheiße rumzuschreien! Wie gesagt, das war meine... Oh, ich hätte nie was mit meiner besten Freundin! Das ist die Regel immer eins! Und das kann ich auf meine Mutter schwören! Das wolltest du auch sagen, Laura ist das auch Nina und so! Mit der hatte ich nie was! Ich schwöre! Ah! Lol! Mein Dödel ist groß! Riesentödel! Riesiger Pimmel hier! Riespimmel! Mein Dödel ist groß! Riesentödel! Riesiger Pimmel hier! Wie kannst du das machen? Splatterman! Danke für den Hostman-Message! Wie geht's dir? Ich schau mir ganz alte Videos aus Australien an! Wo wir Karaoke gesungen haben! Mein Dödel ist groß! Riesentödel! 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 Ich hab so einen großen Schwanz! Riesentödel! Riesentödel! Ich kann's nicht fassen! Wie viel Promille hatten wir da, Alter? Das war einfach viel zu arg, Mann! Der macht, der lädt gar keine Videos mehr hoch! Das ist von 9.12.2014, Mann! 2.58. Montags! Chillig! Das war geil, Mann! Das waren noch richtig, richtig geile Zeiten! Übel in den Kiemen gebunden! Das hat er wieder gesungen! Oh Gott! Bist du da hinten? Ja, ich hatte lange Haare! Also längere! Warte mal! Sieht man das irgendwo? Vielleicht sieht man mich irgendwo richtig! Warte mal! Da, Alter! Oh! Miese Brise! Miese Frisur, Junge! Hier! Hoho! Junge, was ist das für eine Frisur? Ich hab gar nichts verstanden, Junge! Einfach übel! Vor allem! Du denkst, und jetzt in dem Moment, wo du säufst, denkst du, es hört sich übel geil an, aber dabei bist du einfach nur voll und es hört sich übel scheiße an! Das hörst du an hier! So was ich das angehört! Das war ich! Der Nuschla schon damals! Ich fand das gleich an zu heulen! Ey, das machen wir auf mein... Das machen wir auf Sport! Oder Leute, das kommt aufs Stream Deck! Junge, das kommt aufs fucking Stream Deck! Timestamp 58 Sekunden! Kopiert! Aktivieren mal die Kommis! Erstmal liken! Hallo Sana! Daumen nach oben geben! Also Leute, wenn ihr schon so viel getrunken habt, dann geht auch nicht mehr singen! Wie dicht war ich da? Alter! Alter! Wie ich denke, ich bin aufm Konzert! Gibt euch! Was war mit mir los? Ich hab mich von der Bühne selber gedreht müssen! Aber das war geil! Das war einfach... Du kanntest keinen! Das ist ja übel! Einfach einen reingelötet! Das waren halt die meisten aus Deutschland, die ich jetzt kennengelernt habe! Ich hab mich von der Bühne selber gedreht! Ich hab mich von der Bühne selber gedreht! Junge, ich geb das Lied nochmal so in den Ding rein! Hier ist es, Alter! Wuh! Der sagt nochmal irgendwas, das weiß ich noch! Irgendwie, das kann gar nichts! Das kann gar nicht sein! Warum bin ich mit dem Promillepickel noch auf die Bühne? Das ist die Stimmung! Das merkst du gar nicht! Das war schon geil da drin! Ja, aber das ist eventuell ein Lidl Dobi! Da war ich noch Solo zu dem Zeitpunkt! Aber ich bin ja ein artiger Boy! revend unsere Riff 5 3 4 5 000 6 9 10 10 11 Ich weiß, dass der Mann Ich weiß, dass er sich am Zinkern Ja, 1 Slide wird gesagt Ich hab gar nicht da schon mal was in sie am Zinken. Ja, es gibt mir Kraft, solche Videos geben mir einfach Kraft. Ey, kann ich das wegen Copyright überhaupt hochladen? Ich würde da gerne die Reaction jetzt drauf hochladen. Also, ich würde da gerne die Reaction aufnehmen. Vielen Dank.